Hallo ihr Süßen! Und endlich ist das Geheimnis um einen Verlobungsring gelüftet worden. Dieser Ring ist aus Weißgott und hat über anderthalb Karat Diamant. Das ist der schönste Ring, den ich jemals gesehen habe. Michael hat mir den schönsten Ring geschenkt. Und diesen Ring, nicht denselben, sondern einen nachgebauten Ring, in einer günstigeren Version aus Silber, gibt es jetzt auf Mayer zu kaufen. Der sieht exakt so aus, aber es ist nicht derselbe. Wir haben eine kostengünstige Version für euch hergestellt. Und wenn euch der gefällt, dann könnt ihr den jetzt nachkaufen.